Hallo und herzlich willkommen beim Sportbund Rheinland. Drei Fragen an. Das ist ein Format, das kennt ihr, das haben wir schon öfter gemacht. Wir wollen es heute wieder mal aufgreifen, um euch zu informieren. Vereine mussten in der Pandemie viele Opfer bringen, auch wir beim Sportbund Rheinland. Es war vieles nicht möglich. Jetzt ist momentan zumindest einiges möglich. Wie geht aber wieder vieles. Viele sehnen sich nach Gemeinschaft, sehnen sich nach Zusammenkünften und genau das wollen wir auch wieder tun, nämlich am 27. November mit einer Großveranstaltung in Mülheim-Kerlich, der Tag der Generationen. Bei mir ist heute der Kollege Benno Müller, der bei uns im Haus verantwortlich ist für die Organisation und die Durchführung der Veranstaltung. Benno, Tag der Generationen. Was verbirgt sich hinter dem Titel? Ja Stefan, du hast vollkommen recht. Wir sind richtig froh, dass wir nach anderthalb Jahren mal wieder eine Veranstaltung in Präsenz durchziehen können. Aus diesem Grund haben wir auch den Titel Tag der Generationen genommen, weil wir für die Teilnehmer die die ganze Lebensspanne abbilden möchten. Wir haben drei große Themenblöcke zusammengestellt. Das geht los vom Kinder- und Jugendsport über den Erwachsenensport über den Bereich Familiensport bis hin zu dem Thema Sport mit Älteren. Wie konkret wird der Tag am 27. November ablaufen? Ja, wir treffen uns ja gemeinsam mit den Teilnehmern in der Sporthalle. Alles natürlich unter den gegebenen Corona-Hygienerichtlinien. Wir versuchen oder wir werden da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein mit einem 3G Hygienekonzept. Und wir beginnen mit dem Eröffnungsvortrag. Ja, wir sind froh, dass der Professor Ansgar Thiel von der Uni Tübingen uns zugesagt hat. Der Titel seines Eröffnungsvortrags lautet Alt werden, aber nicht sein. Wir wollen da nochmal ganz klar unterstreichen, wie wichtig der Sport und die Bewegung ja für ein gesundes Älterwerden ist. Wir haben schon relativ viele Anmeldungen für die Bedingungen, die wir haben, schon weit über 100. Es sind aber noch Anmeldungen möglich. Wie geht das? Wo kann man sich noch anmelden? Ja, Stefan, wir haben zurzeit 120 Anmeldungen. Anmeldungen ganz einfach möglich bei uns über die Internetseite sportbund-rheinland.de über unser Bildungsportal im Bereich Bildung gelangt. Der ganz schnell und einfach auch zu der Veranstaltung. Dort könnt ihr euch dann auch für drei der verschiedenen Workshops anmelden und euch das passend aussuchen. Wunderbar. Vielen Dank, Benno, für die Informationen und wir hoffen, wir sehen euch am 27. November in Mülheim-Kerlich. Bis dahin.